Hallo meine Freunde, ich bin gerade im Film und Boss, ich bin gerade wieder meine Freunde. So eine TikTokerin hatte was mit Utala und Black, Mann, und versuchte jetzt zu exposen wegen seinem Ihr wisst schon, die Größte, meine Freunde, ihr wisst doch Bescheid, Mann. Das geht an dich, was soll denn das, Mann? Sowas sind geheime Informationen. In intimen Momenten macht man sowas. Man sagt, in intimen Momenten hat man halt so eine intimen Moment, verdammt nochmal. Und dann willst du einfach irgendwie so eine intime Sache verraten? Was soll das? Das geht auch keinem was an, verdammt nochmal. Und da hatte ich diese eine Sache richtig expost, Mann. Der Junge, hm? Der Junge sagt, das ist deine, du weißt schon nach Fisch. Ihr wisst schon Bescheid, was ich meine, der Riecht, hm? Dann bringt dir dann irgendwie dein komischer Vergleich überhaupt nichts, Mann. Und was erzählt man keinen Freunden? Mein Gott, das ist doch normales Benehmen, dass man was nicht tut. Und sogar kein Benehmen mehr heutzutage, die Jugend heutzutage. Okay, meine Freunde, das war's nur wieder von dem Boss. Aber nur gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.